Auf die Idee, Agentur Vittoria Vita zu gründen, sind wir gekommen, als wir verstanden haben, dass es in der Ukraine keine Dienstleistungen zur Unterstützung ausländischer Paare gibt, die eine Behandlung der Unfruchtbarkeit mit Hilfe einer Leihmutter brauchen. Die Ehepaare, die sich für ein Programm entschlossen haben, stoßen auf eine Reihe von organisatorischen und rechtlichen Schwierigkeiten, die sie selbst nicht überwinden können. Die Durchführung eines Leihmutterschaftsprogramms besteht aus vielen Etappen, die jeweils Hilfe von Fachleuten verschiedener Berufe erfordert. Die Wunscheltern sollen eine Leihmutter finden, eine Klinik auswählen, vorschriftsgemäß erstellte Unterlagen zur Verfügung stellen, eine Unterkunft mieten, eine Leihmutter während der Schwangerschaft unterstützen, sich um das Verfahren der Geburt kümmern und die Dokumente für ein Kind oder die Kinder ausfertigen. Sie sollen das alles aber in einem fremden Land. und ohne Sprachkenntnisse machen. Unsere Kunden sind die Ehepaare, die selbst ein Kind weder empfangen noch austragen können. Leihmutterschaft ist ihre letzte Möglichkeit, ein eigenes Kind zu haben. Eben deswegen wollten wir eine Agentur gründen, die Fachleute zusammenbringt und den Paaren aus verschiedenen Ländern der Welt hilft, dem Weg zum Baby durch ein Leihmutterschaftsprogramm durchzugehen. Es ist wichtig, dass die Menschen, die sich tausende von Kilometern entfernt befinden, über jeden Schritt des Programms die Ergebnisse der Tests und der Ultraschalluntersuchungen Bescheid wissen und sicher sind, dass man sich um ihr Baby kümmert. Was wir geschafft haben. Erstens haben wir ein Team von Fachleuten zusammengestellt, das an jeder Etappe des Programms arbeitet. Zurzeit besteht die Agentur aus neun hauptamtlichen Abteilungen, jede von denen für ein bestimmtes Verfahren zuständig ist. Auswahl der Leihmütter und Eizellspenderin Verwaltung von IVF-Programmen Begleitung der Leihmütter während der Schwangerschaft und Gestaltung der Entbindung Logistik und Transportversorgung im Laufe des ganzen Verfahrens und klarerweise juristische Begleitung in jeder Etappe des Programms und Ausfertigung aller für die Heimkehr des Kindes erforderlichen Urkunden. Der Schwangerschaftserfolg in den Programmen wird von unseren medizinischen Partnern der IV-Med-Klinik gewährleistet. Da arbeiten die besten Fachleute, die moderne Technologien einsetzen und unseren Paaren helfen, ein langersehntes Ergebnis zu erreichen. Wir haben in die Programme der Einsatz von den neuesten Methoden der assistierten Reproduktionstechniken und genetischen Diagnostiken aufgenommen. Um den Wunscheltern das Ergebnis, Geburt eines gesunden Babys zu gewährleisten. Wir verstehen, dass wir für jedes Paar ein zuverlässiger Partner, ein Bevollmächtigter, eine psychologische Unterstützung und ein rechtlicher Garant des sicheren Wegs zum Ergebnis sind. Wir sind eine große, einträchtige Familie geworden, die monatlich neue Mitglieder in unserem Haus empfängt. Um jedem Paar bei der Traumverwirklichung zu helfen, kümmern wir uns, unterstützen und schützen wir und alles mit Liebe. Wir wissen, Liebe erzeugt ein neues Leben. Der Name von Agentur Vittoria Vita stammt aus dem Italienischen und bedeutet Sieg des Lebens. Durch die Ausführung unserer Arbeit bringen wir jedes Paar seinen Sieg näher. Den Sieg, der Ihnen großes Glück, Freude und Liebe schenkt. Wenden Sie sich an uns und halten Sie schon bald Ihren kleinen Sieg des Lebens im Arm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017